Moin zusammen! Das hier neben mir ist Teil des Outfits von Andy Murray und dieses Shirt hört auf den Namen Adidas Barricade Semi-Fitted Tee. Das Shirt gibt es in ganzen drei Farbvariationen, einmal wie ihr hier seht mit der weißen Hauptfarbe und diesen gelben Applikationen, das ganze gibt es auch noch in weiß mit blauen Applikationen und das wie Andy Murrays bei den Australian Open in der Night Session getragen hat, noch in schwarz mit gelben Applikationen. Es wäre kein Adidas Shirt, wenn hier nicht auch wieder klima cool verbaut wäre, ist ähnlich wie bei Nike das mit dem Dry Fit, ihr kennt das, das bedeutet das Material sorgt dafür, dass die Luft, die Feuchtigkeit nach außen transportiert wird, dass ihr schön kühl gehalten werdet, was immer gut ist bei heißen Rallys und bei heißen Tagen. Dazu kommt, das seht ihr hier, der ganze Rücken ist aus Mesh Materialien, sprich da kommt Luft ohne Ende an den Rücken und das ist auch noch sehr dehnbar, von daher sehr gut um zu manövrieren bzw. um sich zu bewegen. Sehr, sehr gut. Der Schnitt hier ist für meine Umgriffe sehr sportlich gehalten. Das Ding liegt etwas enger an, was nichts macht. Ich möchte es nur gesagt haben, damit es nicht heißt, es fällt nicht nicht weit und schlabberig, sondern es liegt eigentlich am Körper an. Ist aber sehr angenehm zu tragen und zu spielen. So, die Größe und die Länge würde ich sagen, ist ganz normal passend. Bei mir war es M, alle anderen Klamotten, die ich an Shirts tragen, ist auch M. Passte also wunderbar. Insgesamt müsst ihr euch das Ding von Namen angucken. Ist sehr schick geraten, auch diese ganzen Details an den Ärmeln. Sehr, sehr detailreich und sehr schön, finde ich zumindest. Also bitte auschecken und wer ein neues Shirt braucht, ihr habt hier bei den Shirts und bei der ganzen Barricade-Kollektion Möglichkeiten, die ganzen Sachen untereinander tierisch zu kombinieren, sag ich mal. Genauso wie ich gerade schon sagte, dass es das mal mit Blau, mal mit Gelb gibt, mal in Dunkel, wie auch immer. Dazu auch passend die Barricade-Schuhe, alles farblich ineinander greifend. Wie gesagt, ihr könnt euch so euer Traumoutfit zusammenstellen. Das hier ist das neue Barricade-Semi-Fitted-Tee von Andy Murray.